Was mich am Hamburger Straßenverkehr nervt, ist als Fahrradfahrer, dass die Fahrradwege in einem grottigen Zustand sind. Mich stört hauptsächlich die Stresemannstraße, weil da der Verkehr durch die 30er-Zone für den Berufsverkehr stark eingeschränkt wird. Dass wir einfach an vierspurigen Straßen ein unwahrscheinliches Verkehrsaufkommen haben und man als Anwohner einfach genervt ist. Dass es für Eltern in Elternzeit keine günstigere Fahrkarte gibt. Es stört mich, dass die Straßenbahn hier weg ist. In Hannover, Bremen fährt sie wunderbar. Die Busse werden immer riesiger, sind trotzdem voll. Untertitelung des ZDF. Vielen Dank.